Jetzt kommt der Kampf. Zakati, äh, ähm, Zakakry TV gegen mein Team. Wir werden sehen, wer gewinnt. Ich hoffe, es ruckelt nicht zu sehr. Meine Verbindung ist gerade richtig mies. Oh, oh, ein Shino-Kaporiki. Wollen wir mal schauen, ähm. Ich hoffe, dass ich da irgendwas gegen ausrichten kann. Blue Shells? Okay. War das Kehrtwende? Borreos, oh. Geil. Borreos in Vogelgestalt. Mal schauen, ob ich das auch irgendwie wegkriege. War das Pfund? Lol. Jetzt verfehle. Oh, okay. Knuddler ist echt hart. What? Ich hab gehofft, dass es noch mit einem KP überlebt. Bye-bye, Borreos. Was? Ich soll dein komplettes Team... Warum wollt ihr mir eigentlich alle eure Teams geben? Das verstehe ich nicht. Irgendwie ist mein Ton gerade anders. Wartet mal ganz kurz. Ich glaube, meine Boxen spinnen so ein bisschen rum. So, das nächste. Ja, Erdbeben, hast du ja recht. Hau mich doch um damit. Autsch. Das ist schon besiegt. Äh, nein, 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 nein. Das nicht. Ach so, okay. Stimmt, außerdem ist sie ja ein süßes Mädchen. Also kann man auch Scooty sagen, oder? Dexus. So, da haben wir nochmal Demeter raus. Demeter raus, meine ich. Okay, Kehrt Wender. Ach, ihr klont die Pokémon. Okay. Was? Oh man. Ich hab keine Ahnung, ob das funktioniert, was ich jetzt vorhabe. Autsch. Warum tat das mir weh? War ja schneller als ich. Ja, das ist mein Pump Force. Das ist ein sehr tanky Pokémon. So, in der Hoffnung, dass ich das jetzt noch platt kriege, bevor er mich platt macht. Das ist mein Empinde. Oh ja. Ist ja groß. Du larmst das. Buzig. Ich liebe Zähkeit bei diesem Pokémon. Pampos ist das beste. Pampos ist das beste. Pampos, yes! Come on! Herzlich willkommen im Stream, Adilo4. Schön, dass du da bist. Danke für deinen Follow. Lehn dich zurück, genieße den Stream. Sei ein echter Pokémon-Trainer. So, das letzte Pokémon. Und ich hoffe, dass ich das jetzt noch besiegt bekomme. Bevor er mich plattmacht. Nein! Moin! Ja, kompetiv Pokémon spielen ist wirklich... Also, einfach ist es nicht. So, das ist mein letztes Pokémon. Gigi! Du hast gewonnen! Der Sieg geht an SuckerCryTV. Herzlichen Glückwunsch! War ein guter Schack... Guter Kampf! Wir machen!